Aus Anlass des bevorstehenden 100. Geburtstages von Willy Brandt hat der regierende Bürgermeister Wovereit im Roten Rathaus eine Porträtausstellung eröffnet. Gezeigt werden bisher unveröffentlichte Bilder des Berliner Künstlers Jürgen Dreger. Er hatte den Altbundeskanzler 1990 auf seiner Reise durch die DDR begleitet. Dabei entstand eine Reihe von sehr persönlichen Brandt-Porträts, die im Roten Rathaus bis Anfang Januar zu sehen ist.